Hm? Wenn ich einmal um will, ist wieder am Start. Ja. Ich hab's am... So. Ich bin so festig. Schau. Das war eine anstrengende Neid. Kaum ein Auge haben wir zu bekommen. Gar nicht beruhigen hat er... Ja, und das hat recht geknämmt. Das Rakt ist das für der erste Seite. Ich hab 61% schon, Dendi. Dendi! Ihr habt genau 61,0%. Und nicht Stage. Hm? Stage. Und die sagen wir immer alles gleichzeitig. Stage. Und die sagen wir immer Stage gleichzeitig. Und die sagen wir immer Stage gleichzeitig. Kann ich auch noch öffnen. Das ist merkbar, dass wir das Süßes sind. Denken wir, dass wir Zwillinge sind. Was? Er merkt, dass wir Zwillinge sind, obwohl wir keine Zwillinge sind. Er merkt, dass wir Zwillinge sind, obwohl wir keine Zwillinge sind. Darf ich das nächste Level spielen? Warte, warte, warte. Ich hoffe, ich hab's selbst gebraucht. Das hat schönes gegangen, oder? Geht nicht. Ihr habt einen Mund offen. Geht nicht. Ich hab einen Mund offen. Ich hab einen Hydralisenfuß runtergezogen. Oder weggezogen. Das hab ich nicht gewusst. Da geht's nicht ums Wissen. Und mehr geht's auch nicht. Was? Ups. 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 Seht ihr das? Da kann man Zeit sparen. Weißt du noch, wie du da in der Mitte gehängt bist? Ja, fast das Nette ist ein Video. Kaffee. Dominik, thank you very much. Englisch ist der größte Quatsch. Was hast du da? Was? Nix. Bleib einfach mit ins Bett. Hä? Bleib einfach voll. Die ganze Folge ist geben, voll die ist gar nicht mit. So viel drauf, dann seht ihr da auch voll. Nein. Ich muss eigentlich zum Feld schauen. Und ja, und ja, und ja. Ja. Ja, ja. Wir haben mehr gestellt, die haben dazu gemacht. Über Nacht war sie in der Bahn nicht drin. Dann kamen wir reinfahren. Und dann kamen wir reinfahren. Nach Mehl. Mhm. Ja, stimmt. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ähm. Ist ja so. Ist ja so. Der dauert nicht. Ich hab irgendwas. Ich hab gar nicht. Ich weiß nicht was. Mit einer Plane? Ja. Ja. Kommst du rein? Schlafst du dann? Oder? Oder wohnst du schon? Oder hilfst du, wenn der Träscher kommt? Nein, ich bin ja mit der Träscher. Soll ich da was mitfilmen? Oder soll ich da was? Du kannst mir schreiben, wenn er kennt. Gerne. Du kannst mir das Video auch schicken. Gerne. Mach ich ja wirklich gerne. Ich habe zwei Kippen und Kippen. Ja. Zwei Aufhängungen. Hast du es gesehen? Nein, hab ich noch nicht. Und wer hilft dann der Mama? Kannst du nicht. Wann die Träscher kommt? Nein, man sieht nichts mehr. Also trage ich hier stehen. Hab ich schon nichts tun. Versteht schon mal. Mhm. Und wer fährt da mit dem Träscher mit? Ja, ich glaube der Franz ist mitvermüt. Willst du fragen? Ich bin ein bisschen schüchterner als D&D. Hä? Ich bin schüchterner als D&D. Ja, magst du mich fallen? Nein. Du musst es nur sagen, dann fragt der Mama. Nein. Er redet eh nicht viel. Er redet eh nicht viel. Ja, was weiß ich, er redet eh nicht viel. Wieso nicht? Ja, komm schon mal rein. Vielleicht hat es dir bald, oder du, oder du, oder was sonst. Aber die Mama fragt ja gerne, Dominik. Aber du musst es im Vorfeld wissen. Das gehört mir vor. Das... Ja, ich weiß ja. Er hat ja 1,5 Millionen der Meter mitgebracht, oder was? Das war eine anstrengende Nacht. Das war eine anstrengende Nacht. Das ist zu viel laut da. Paul, hat die ganze Zeit geschehen. Was ist da? Und wir gehen nach Westen. Das ist schwierig. Wieso? Weißt du nicht, was im Westen ist? Ich weiß, wo Westen ist. Das geht aber nicht, weil da ein Berg ist. Ein Berg im Weg ist. Ich muss... Ich hab die Statue. Echt? Wie schaut das aus? Ich hab's da. Warte. Da, schau. Das geht. Das geht. Schnell. Schnell dir das. Schnell dir das. Da ist ja Wurscht, schau. Warte. Mati und Lin. Wie seht's? Du bist zu hässlich. Da. Die Statue. Boah, ist ja kurz. Madon, jetzt hast du dich wieder zurückgesetzt. Ich brauch wieder ein Scheißgift. Echt jetzt? Ich brauch wieder ein Sche... Geh mir die hier auf. Ich brauch wieder ein Scheißgift. Ich brauch wieder ein Scheißgift. Yes! No, ne! Oh, 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 oh! Ich bin so kuzig. Ah, wie war 8.000 Kilo? Oh, 8 Tonnen also. Mhm. Aber morgen steckt man ihn wieder rein. Und um 18 Uhr haben sie gesagt, sind sie da. Wer ist ab? Kein Windfall. Warum für Gold? Ja. Wahrscheinlich, weil sie auch nicht mehr rum und flügt. Jetzt sehe ich, jetzt muss ich aufgehört. Dann hat sie noch eine Zahntraube. Ein guter Spülmer raus. Da kann ich schon fahren. Mhm. Du kannst nicht mitfahren. Das ist ja nicht so. Ja, die haben nicht gehört. Ich fällt trotzdem aus dem Ansturm. Die wollen scheinen. Also eigentlicheinein. Weil dann die Ansturm fällt, die wollen die Ansturm zu scheinen, wo ich da war auf dem Ansturm. Gauen Sie ja nicht mit? Ja, gesagt, es war es schön. Es ist wirklich möglich. Es ist möglich. Aber ja. Sponsor. 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 Ja, ja, okay. Die haben sogar voll gerne Rücksicht genommen. Sponsor. Wer ist eigentlich bei uns in den Stall gegangen? Ampilose. Okay. Hä? War denn etwa eine Woche dabei? Der ist einmal Stand angekauft. Dann ist er doch. Der hat nicht ausgemischt oder was. Der hat einfach eingefuhr. Der hat einfach eingefuhr. Der hat aber nicht ausgemischt. Mir ist es nämlich gar nicht aufgefallen, dass er weg war. Nein, ist es auch nicht aufgefallen. Wieso nicht? Weil wir sind da auf Rechberg eingefuhr, wo es ein bla bla hält. Bla bla hält. Da wollte ich nicht. Wir haben noch Fotos gemacht und der hat gleich die Hand angekommen. Also 4, 4, 4, 7. Ich habe gar nicht. Schauen Sie an irgendwas. Sie sind abgehauen. Sie sind abgehauen. Sie sind abgehauen. Sie sind abgehauen. Was wollen Sie tun? Das war eine anstrengende Nacht. Kaum ein Auge haben wir zugemacht. Gar nicht erholen hat er sich lassen. Paul hat die ganze Zeit geschehen. Und offenbar. Wer ist denn Paul? Ja, irgendwie. Er kennt keinem genug. Heinrich. Wer ist denn Paul? Ja, echt ein Kind. Du meinst. Bitte. Wie schön. Ich glaube, ihr kriegt so kein Stern. Wie kühlt. Doch, zwar. Was machst du? Ich wollte nur Kuh gehen. Darf ich nicht Kuh gehen? Bist du hässlich? Martin, die hier aufsteht. Okay, ich bin in einem Panzer. Mhm. Wie kommt der bei weg? Echt? Endlich, endlich. Ich hätte es nämlich schneller, Enric. Ich hätte es in ihrer Rekordzeit machen können. Aber ich brauche ein. Die Monster ausdrückseln, die was im Sumpf sind. Jetzt muss ich wieder giftige Pflanzen sammeln, dass ich ein Pflanzengift herstellen kann. Was wiederum mir hilft. Und auch sensitiver. Und auch sensitiver. 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 Ja, Mann. Steak-Firm. Dank dieser wirklich Ninja Warrior-Bälle. Ja, ich weiß. Ja. 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 Ich weiß.